Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Super Kazoovania 4. Ja, im letzten Part sind wir stehen geblieben in diesem Level und das Level fordert uns hier irgendwie ganz stark. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir es weiter und wir haben ja ja Sinn, ob wir es diesmal schaffen oder nicht. So, nein, du, aber ich glaube es nicht. So, genau, unsere verlängerte Peitsche wieder. Jetzt werden wir beinahe an das Teil rin gelandet. Au, ist viel. Ich hoffe, wir schaffen es endlich mal. Ich werde ja nicht ewig an dem Level festhängen. So, unsere liebe Axt darf man natürlich nicht vergessen. So, das hätten wir. Nein, das schaffen wir nicht. Zumindest will ich das nicht riskieren. So, meinst du Mistvieh, Alter. Ja, ist klar. Oh. Ich hätte ja auch mal springen sollen, wäre nur eine Maßnahme gewesen. Jetzt, wenn selber mal máximene Leistung Wie ist das hier? So, die chargeern es nicht. Jetzt ist mein Kryden, jetzt direktằm auf aufト dem Gig für im nächsten Eingang. Hier geht'. So, ich hoffe es L drought. Knacks 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 Nein, das war zu früh Ach, Mann! Na gut, dann noch ein zweites Sepp Knacks, Knacks, Knacks Und ein Kollege von mir meinte noch das letzte Level soll nur schwerer sein Ha, na klasse, ich finde das hier schon schwer Bäh Bäh Ja, dann machen wir gleich einen Abgang hier Ab Entschuldigung Und weiter geht's Knacks, Knacks, Knacks Oh, du bist viel Mann Boah Dein Ernst Scheiße, die Kacke vergiftet uns ja das Übelste Oh, na klasse, ey Na klasse, ey Eine Keule wäre jetzt echt nicht verkehrt Ah, die Frau erinnert Und zwar ist eh unser letztes Leben So, diesmal passen wir auf Na ja, rolle mal noch weiter Ich dachte, das war jetzt zu früh Ich dachte, das war jetzt zu früh Ah, ich trau mich nicht Hopp Ah Wir müssen jetzt hier aufpassen Boah, ich trau mich nicht, Alter Schaffen wir's da oben drauf? Ich weiß es ja auch nicht Na ja, das wird man nicht schaffen Na ja, das wird man nicht schaffen Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Ach, du hast mir gerade noch gefehlt, ey Boah, wie... Wie unfair, Alter Boah Toil, jetzt hat's ja auch voll gebracht Weil... Was kannst du lassen, Junge? Was kannst du lassen, Junge? Hüpp Ach, nö, die schon wieder Flattermäuse, ey Ne Keule, Freunde Ich brauch ne Keule Knacks, 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 Knacks Fuck, ey, das schaffen wir doch niemals Oh, klasse Oh, klasse Mann, ist das... Oh, Mann, das ist doch unfair Diese scheiß Fledermaus Ah, Mann Und nochmal, weil's so viel Spaß macht Bei sich Dann ist der Macht's Schöne Und nochmal, wie du bist Oh, man... ... Dann ist der Was? 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 Hoppala! Popp! Nicht mit mir! Hey! Mann! Hau ab! Ah! Pils vorjuf du! Hoppala! So... Das sind wir doch gut durchgekommen denke ich Autsch Na komm, gestörb Danke schön Jawoll! Jetzt haben wir genug Energie Oder sollten wir eigentlich haben Ach so Boah! Boah! Ich dachte wir treffen jetzt die Stacheln! Bäh! Scheiß drauf! Obwohl die Uhr uns vielleicht helfen könnte Boah! Ich werde jetzt voll in die Stachelnrinn gehubt, Alter! Wir müssen aber auch nicht zu viel Zeit vergolden hier Ah fuck Stirr ab! Du ausgebohrter Hölle Knacks! 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 So Nicht mit mir diesmal Aber ich glaub jetzt kommt der Boss Ja vielleicht wenn wir dann sterben starten wir dann hier wenigstens Ich weiß nicht was das ist deswegen versuche ich es gar nicht zu verstehen Knacks! Knacks! Jetzt wirds wieder Ah! Boah! Jetzt hat's mich voll da runter befördert Toll! Oh! Jetzt hat's mich beinahe Hellwatt immer Wie sagt er denn da ich da runter will? Äh da hoch will so So weit runter wollte ich eigentlich gar nicht, aber na gut Das müssen wir an den richtigen Moment abpassen Oh, ich dachte ich treffe mich jetzt selber Das riecht doch schon verdächtig nach Posse oder sowas Neeeeee Hup Oh Gott Alter, das frisst alles übel viel Zeit Oh, ist das euer fucking ernst Was? Oh nein Oh, wieder so eine Kackstelle, die ihn sofort umbringt, Alter Aber wenigstens landen wir hier unten Oh, ist das abfuck das Level Das Level ist richtig abfuck, Alter Heißt du? Ich kannis. Ich bin alleine In der Kackstelle Auf dich Sollte Fischer kann ich ja nicht hier brauchen. Wow! Woah! Woa! 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 Da müssen wir echt vorsichtig lang laufen. Woah! Kommt gleich wieder raus! Das Dreckding! Ach ich kann ja durchkriechen Ach und ich docke mich hier ständig wie so ein blöder Alter, was für eine fiese Treppe Toll, jetzt komm ich da nicht hoch Scheiße Wie fies alter Ach Gott alter Was, was, ernsthaft Stürb doch mal Oh ist das fies Stirb, stirb Au Ach Gott alter, Glück gehabt Wir haben das Level endlich geschafft Leute Wir haben es geschafft Und die Hölle geht weiter Oh Gott, was kommt als nächstes? Was, äh, was? Was im Teufel ist das denn? Okay, ich dachte die treffen Indiegeister Klink Scheiß Vieh Knicks Woaah Da muss man ja echt Der ist da runtergeglitscht Hey, du Mistvieh, Alter Oh, wie wird's hier geilt, Alter? Scheiß Knochengröbber Scheiß Knochengröbber Das kann man sich gar nicht leisten So, zack M-m-m-kling? Scheiße Scheiße Da hätte ich mich schwinken Toll, das hab ich auch nicht gesehen Boah, da denkt man noch mal gestürzt ab, ey Boah, da traut man sich ja nicht Was hat der den Tod bedeutet, äh, leider Den Tod Da muss man echt aufpassen, ja Uh, wir haben den Part schon etwas überzogen So, Freunde Ich hoffe, der Part hat euch gefallen Und wenn ihr einen Daumen hoch Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Gebt mir ein Abo Und ja, dann würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Part von Supercast, Wollinger 4 Bis dann, ciao